Warum? Okay, ich bin hier mit Weasel. Hallo Weasel! Weasel, komm wir kuscheln jetzt, komm wir kuscheln. Ja, okay, oh ja, 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 oh ja. Oh ja, ich magst du kuscheln, ja. Ja, geil. Okay, ich glaub, Fischi ist es nicht, der hätt mich jetzt locker töten können. Ja, und du mich auch. Außerdem war ich eben grade schon, ich spring jetzt in den Pool und trinke, äh, trinke, tschüss. Ich glaub, man kann auch mehrfach hintereinander Traitor werden, oder nicht? Ja klar, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Ich war vorhin dreimal aneinander. Ach, du Prakke! Äh, Weasel, Weasel, komm her, komm her, komm her, komm her, ja. Äh, ich hab'n Geschenk drauf. Dem geht's nicht mehr so gut. Warte, hat Bilder eine Arme in der Hand? Äh? Nicht, nicht dazu sagen. Ich bin sehr schnell. Das Ding. Oder wir spielen mit der Arsch. Ist das überhaupt? Mit der Arsch? Irgendwas hat gestorben? Katrater, Alter, was? Aber haben die das Hörtchen dann verbrannt, oder haben die sie verbrannt und so zu Tode gekriegt? Oh, man kann ihn sogar mitnehmen. Dann zeigen wir den anderen. Da hat der gerade die Wachtflüge wechselt. Ja, genau. Ich hab' keine Ahnung, wo gerade jemand gestorben ist, aber es ist gerade jemand gestorben. Wer schießt? Oh nein, der hat gerade auf mich eingeschossen, ich hab' ihn getötet. Der hat neben mir gestorben? Aber der war's nicht, Phil war's nicht. Warum schießt er auf mich? Doch, Alter. Warum schießt er auf mich? Warum schießt er auf mich, denn? Die lege Geschichte. Oh, die ist so was, sie ist. Warte, den muss jetzt auch richtig, richtig, richtig. Oh, du bist das richtig. und das ist, das ist echt geil Oh, gut Wen hast du getötet? Ich bin noch mal, da hast du dich aufgetötet Thomas, darf ich dir mal sagen, dass du nicht so schlechter Traitor bist? Hallo meine ich hab's vom Wasser raus Ey du kannst einfach hier rausspricht. Er lebt jetzt alles noch Thomas ist der Traitor und ist da oben drauf Woher weißt du, dass es aber 2 gibt Weil der gerade eben eine Eizkantin der Schalkantin von denen abgeballert hat und hat gedacht, niemand hätte es gesehen Wo ich will den Oben auf dem Dach, wo das Silo drauf ist. Wir sind weiter. Nein? Okay, lass mich. Ich... Nee, ich möchte nicht. Komm mit erhobener Händen raus, okay? Ah, fuck! Ich dachte, du lebst noch! Ich dachte, du lebst noch! Ich schieße euch einfach von hinten in den Rücken. So, bam! Ich dachte, du hast das überlebt. Ja, ich habe Aaron total vergessen. Hauptsache, du killst erst mal Freddy während der Hellstation. Aaron geht so die Leiter, Thomas klettert das runter. Aaron guckt ihn so an. Bam! Ja, ich habe ja auch auf Aaron geschossen, aber richtig spät. Du hattest diese Crowbar-Shotgun, ne? Ja, die habe ich ihm gegeben. Oh, ich habe das voll nicht gecheckt. Die habe ich ihm gegeben. Ich habe gedacht, du hast dich mit der Crowbar gehauen und irgendwie dann auf mich noch geschossen gleichzeitig. Er kann sie nur noch nicht und dann habe ich ihm die am Anfang der Runde gekauft. Richtig schön, ey. Ja, aber die Runde davor war besser mit dem Simon Says. Ja. Die war so geil. Was ist denn? Simon Says? Ja, du. Ach, ja. Aaron? Weißt du nicht, was Simon Says ist? Ey, du bist doch rot im Gesicht. Aaron? Yes! Okay, einfach einfach nicht. Was ist los mit Aaron? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gerade ins Gesicht geschossen, weil er mich eingeschossen hat. Alter! Chucky! Weiße! Wasi! Äh, übrigens Brückenzerstörung ist hier K.O.S. Wer ist K.O.S.? Niemand. Ich wollte nur nochmal die Keynyserver-Regeln noch nicht. K.O.S. danke Eri. Wer ist ein Detective? Ich darf die Axt doch laden. Oh, Ladies! Nein, darfst du nicht, das ist auch KS. Ja, ich will die Brücke aufmessen gehen. In die Brücke. Hallo. Ey, wieso? Ich hab gerade rumgesprayt wie so ein Irrer, ne? Wieso kann man Brücken kaputt machen? Ich kann das nicht. Man kann nicht alle Brücken zerstören, nur ein paar. Oh Gott. Ich wollte übrigens eben gerade, als wir Simon Says gespielt haben, wollte ich eigentlich das Haus einstürzen lassen. Ich hatte mir schon einen Teleporter gekauft. Du hattest ihn fast, sorry. Ja, du hast mich ja vorgewarnt. Äh, in dem Hotelhaus ist so ein Knopf, da steht draus Imaging VA oder so was. Ja, wenn jemand auf dem Haus ist, dann kann man das einstürzen lassen. Wenn ich, wenn ich Träter bin, dann mach ich das einfach mal. Okay, mach das. Wollen wir noch ne Runde Simon Says spielen? Warte, kann man hier raus? Ja, gerne. Wow, 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 wow. Irgendwer hat gerade geschossen. Meinhard wurde umgeschossen, Meinhard wurde umgeschossen. Das will ich. Nicht dein Ernst. Warte, warte, warte. Ich mach jetzt das andere auf. Mein Gott, Meinhard. Freddy, Fischi, Fischi wird Meinhard umgeschossen. Weiß ich nicht. Wollen wir zusammen wegfliegen? Das ist ne Discombo. Ich sehe nur, dass er niedergeschossen wird. Neben mir ist niemand. Das Junge steht auf der anderen Seite der Brücke. Er wurde mit einer Shotgun gekillt. Ich hab ne Galil. Galil. Doch, was ist das? Dennis, Dennis. Hast du gesehen, wie Meinhard, wie Meinhard, sag ich schon, also doch Meinhard, oder? Ja, Meinhard. Wie häng ich denn da bitte fest? Nein, hab ich nicht. Ich weiß es nicht, aber ich kann den nicht identifizieren, weil mein Computer hängt. Du hast mich dann definiert. Ich komme mal eben kurz zu dir, Rill, dann kann ich die Leiche confirm. Bin ich jetzt auch schon tot? Was ist denn? Sie explodiert. Nein, ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich kann mich nicht bewegen. Oh man. Moment mal, wenn Fischi tot ist, dann sind das Ariel und Chucky. Hä? Ich kann mich wieder bewegen. Ich kann mich wieder bewegen. Ich kann mich wieder bewegen. Und der andere ist Detective. Ja, ey, er ist Detective. Ja, und wir haben zwei Tracer. Oh nein, die fangen schon wieder fest. Ich bin, ich hab übrigens gerade versucht, über die Brücke zu springen. Wie er einfach so langsam da runterrutscht. Hauptsache, er tötet Ariel nicht, obwohl die Tee ist. Oh Mann, wo werde ich angeschossen? Okay, sie war kein Tee, ich war der andere Tee. Du warst schon wieder Tee? Ja. Wer war denn hier drüber? Alter, wir standen ja nebeneinander. Ich hab das so gewusst, ne? Er tötet Meinhard. Und ich denk einfach so, hey, wer war das? Oh mein Gott, wie kann man das nur tun? Kann man nicht einfach mal darauf kommen, dass der eine Schotter ist, einen Crowbar-Tee-Shotkan hatte? Hallo, Denise. Ja, hat er ja. Denise, weil du bist so nicht gestorben an meine Garten hatte, das wüsste ich nicht. Kann mir einer sagen, ob du tot bist oder nicht? Da steht doch so genau, dass er eine Design-Shotkan hat. Du lebst noch? Die Runde ist vorbei, du hast überlebt. Ja, ich weiß, aber ich war der Tee. Irgendwie sind die Trotzel. Achso. Ich sag doch nicht, dass mein Tee-Kollege, oh, Mensch, der wurde ja mit einer Crowbar-Shotkan erschossen. Mensch, Chucky ist neben mir mit einer Crowbar. Der war's bestimmt nicht. Wer kann es bloß sein? Wer kann es bloß sein? Wie macht er das nur? Wer war denn jetzt gerade eigentlich Crowbar? Ich der Trater. Errill? Was hast du gerade gesagt? Wer war jetzt eigentlich gerade Traitor? Ich der Trater. Errill? Ich und Chucky? Warum steht bei Preparing immer noch Null bei mir? Ja, das ist ein Server-Bug. Ah, ich bin Detektive! Ich bin Inno. Darf ich dir helfen? Ich hab Angst vor der Axt. Freddy tut die Axt, bitte weg. Nein, ich will den neuen zeigen. Die Axt ist gut. Kennt ihr schon die Axt, Leute? Nee, ich hab Angst vor der Axt. Dann geh weg von mir. Renn mal die Axt rein. Die Axt macht One-Shot, wenn er die aufgeladen hat. Hat er die aufgeladen? Ja. Okay, dann ist er jetzt K.O.S. Wie kann man... Was? 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 Renn mal bitte rein. Warte, komm, ich renn rein, ich renn rein. Geh weg mit dir. Ich renn rein, ich renn rein. Axt. Du. So macht er euch. K.O.S. Und er... Ich hab doch 6 auf ihn, lass mich den... Was macht ihr? Er war inno... Ich hab ihn umgebracht, er hatte die Axt. Du bringst dich alle um, denn die Axt. Weg von Axt. Ich hab doch extra sagt, ich wollte dir den neuen Leuten zeigen, die Axt und dann törst du mich trotzdem. Er hat gesagt, du bist K.O.S. Es ist ja auch ein K.O.S. Grund, man kann die... Also, hör mal zu, es gibt eine Axt, die kann man da drin aufladen. Wenn man da mit jemanden antippt, ist er tot, instant. Feuer, 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 Feuer. Oder er kriegt manchmal richtig stark Schaden. Das kommt doch an, wo du die triffst. Er hat dann eine Instillen geworfen, oder? Ja. Ähm... Ich glaub, es ist... Chucky. Ich glaub, es ist Chucky. Wo ist Chucky? Ja, Chucky hat, glaub ich, auch gerade ihn umgebracht. Nein, 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 nein... Ich meine Bescheid auf. Nein, ich bin derjenige. Ja, ich hab doch nicht. lane won. B encore. Ja, 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 ja... Ich hab aber gehnungen, es ist ja jetzt sogar... Ja, weiße... Das ist wieder so im Moment, wo wir schon lange abgesprochen haben, man tötet einfach nicht einmal so und Steter und das ist für die A待gerungen. Da wurde das... Waffe abgefeuert, du hast mich einfach so getötet. Das ist so ein Punkt, wo wir schon lange gesagt haben, das machen wir nicht. Dexter sind. Oh Camper, Camper. Dexter sind. Ja, okay, gut, dann schieß ich auf. De, de, de. Oh Camper. Warte, da, meinst du das deinem Turm? De, de, de. Oh Camper, Camper. Deum, der Turm hat geschossen. Nein. Ja, ich glaube, Errol hat das. Oh, jetzt ist der Punkt weg. Oja, ja, 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 der hat... Ich hoffe, im Chat zu reden. Wo ist dein Jeans Chat, da. Da rollt ein Fass rum. Du hättest das Glas verschieben sollen. Ja, ich weiß. Gut. Lol, yol, belang, hol, snel, ich seh nix, du surrender, genau an dich. Die Magbie, ja, Waffe, auf Snipe. gegen dann wo bist du oder nicht ich wusste nicht mehr sein werfen da ja da wird es gar so schicken soll nicht reden ich wusste doch gar nicht gesagt Alta bei mir wie du bist ein Koffer ich gehe als Koffer schlafen wenn die Flieger verheiratet hier kommt das Wort bei der Ecke bei der Ecke nie Warte, warte, ich töte Thomas. Leute, ich schwöre. Oh, what the fuck. Hey, ich schwöre. Bring ins Wasser. Mein Halb bleibt mal stehen. Nein, geh weg. Wie geil ist das denn? Oh nein, wieso schwöre ich nicht? Ich bin zu schwer. Das ist so bitter. Wie geil. Warte, ich will auch. Ja, alle schwimmen. Oh, GG. Ich habe extra gewartet, bis das Radar nochmal gesagt hat. Dämliche Heal Station. GG. Übrigens, Meinheit, das war sehr gemein von dir mit dem Messer in den Rücken. Das darf nur Freddy. Nein, ich dachte das auch. Genau. Du hast es dann auch gemein gemacht, wo ich da so auf Ariel geaimt habe. Hauptsache ich nehme vor 52 Minuten auf, ey. Ja, ich nehme dann schon zwei Parts, 50 Minuten auf. Ich muss echt mal kalt mal nach. Nein, nein, brauchst du nicht. Einfach so hochladen. Doch, mach ich aber. Das ist aber gemein. Oh mein Gott, Weasel ist Tee, Weasel ist Tee, KOS Weasel. Du hast da übrigens ein bisschen Blut im Gesicht. Ich verstehe das nicht, warum der auf mich schießt. Ich habe nichts gegeben. Ach du mal. Wiese, bist du abgeschossen? Warum bist du abgeschossen, Wiese? Wiese, bist du abgeschossen? Deine Ernsthaft, aber Dennis macht das nicht immer, das war voll scheiße. Ich habe keine einzige Kugel in der Runde abgegeben und du schießt auf mich. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Hey. War das Weasel? Freddy? Was? Was muss ich kriegen um eine Hellstation? Du musst Traitor... Ich habe auch... Mein hart. Nicht Extrücken. Was? Magst du nicht Extrücken? Ähm. Was muss ich tun um eine Hellstation zu kriegen? Traitor. Ja, sag mir welcher Traitor ist, dann töte ich ihn. Such dir einen aus. Weasel? Was? Tut er einen aus. Warum? Was habe ich getan? Freddy, du mit der OMP? Bing. Nein. Ich habe mich selber wieder umgebracht. Ah. Okay, ich glaube nicht, dass es Weasel ist. Der schießt nicht auf mich und ich habe nur 7 HP. Er könnte mich selbst mit einer Crowbar so Shotgunbarn hitten. Ich wüsste auch nicht, warum ich es tun sollte. Ich glaube, mein hat das Traitor. Nein, ich bin Inner. Mein hat es angeschossen. Warum? Wenn du Inner bist, dann bist du Inner. Du lügst mich ja nicht an, ne? Ich schieß auf meine halt. Ja, von mir. Keine Ahnung. Ich habe aus der Entfernung mit einer Glocke geschossen. Ey, ey. Auf nie. Le Fischi, Le Fischi. Ey. Oh mein Gott, du erschreckst mich über voll. Wuhu. Wuhu. Ich jetzt ruhig zu sein. Ähm, richte dich. Warte mal. Kannst du fliegen? Nein, 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 nein. Wer ist das dein Trassi? Ich traue an Le Fischi nicht. Ich habe dich auch eben angeschossen, aber ich habe nur 7 HP. Freddy. Hallo. Ich habe eine Nightrunter gebraucht. Weasel. Nein! Nein! Ich habe nur noch 7 HP. Ey, Thomas, warte. Thomas, wenn wir stehen. Nein, schütt mich nicht. Nein. 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 Aua. Aua, ich brenne. Nein. Ja, ich bin das immer noch. Thomas, der ist jetzt auch mit einer AWP auf mich zu zielen. Ich glaube, Thomas ist tot. Stimmt. Los, los, los. Ach, du bist ein Fass. Boah, ich bekomme voll Angst vor dir. Ey, runter hier. Ich wollte dich runterschubsen. Du bist selber runtergesprungen also. Okay, warte mal. Wenn es Thomas nicht ist, wäre es schon tot. Also, ich bin gerade... Oh, ich wurde angeschossen. Oh ja, er wurde angeschossen. Ich habe mich selber umgebracht. Also, es ist nicht... Wer schieß denn da? Weasley. Chucky, Chucky hat geschossen. Er ist tot. Eri, lebst du noch? Ich gehe Chucky confirm. Ich bin schon da und confirm ihn gerade. Was war das? Wiesel hat gerade auf mich geschossen. Nein, ich habe auf dem Fass da unten geschossen. Okay, wo ist Chucky? Werden wir mal nach? Also, Dennis ist da oben im Turm. Da unten ist noch irgendein R und Reinhard. Über mir sind noch zwei Leute, glaube ich. Wo ist Chucky gestorben? Okay. Ich werde ihn gerade... Ich such ihn gerade. Wo ist denn der gestorben? Äh, ja, bei diesem komischen. Keine Ahnung. Also, confirm death is Freddy. Los. Freddy ist tot? Ja, Freddy wurde gerade gesniped. Angesniped. Weasel? Ja. Du hast einen Sniper? Wieso war der Innos denn? Ja, ich habe einen Sniper. Würfen wir den Sniper her? Er hat sich da vercampt. Okay, du warst es nicht. Also, ich habe... Ich habe gerade irgendwie einen Bug. Äh, ja. Achso, wolltest du Munition testen? Ja. Ja, aber er hatte auch keine... Er hatte auch nichts zum Nachladen. Die ganze Zeit schon. Mit der Waffe wirfst du nur ein aktuelles Magazin weg, nicht den Rest Ammo. Ich stand ja aber fast neben ihn und ich hätte gehört, wenn er nachgeladen hätte. Warte. Sowas gucken kann man immer mal machen. Ey. Okay, warte mal, wenn Freddy tot ist und Chucky tot ist. Ich habe Angst. Äh, Weasel ist proven. Und Freddy hat mir vertraut. Ey, warum... Warum glaubst du nicht, dass ich der Traitor bin? Ich meine, ich bin total gefährlich. Alter, ich stand eben 10 Minuten mit dir da unten in den Raum. Ich habe nur 7 HP. Durchgehend. Mein Heart steht vor Minus Oktober. Mein Heart steht vor Minus Oktober. Äh, ja. An mir muss man... An mir muss man nicht mal einen Schuss vergeuden. Vielleicht hab ich ja die ganze Zeit mit der Arme geschnitten. Gessen auf den Tisch. Wow. Okay, warte mal. Ich glaube weder ist es Meinhard oder Weasel. Ja, es sind wahrscheinlich Dennis und Abfix. Äh, es ist der auf dem Turm. Der ist tot? Ja, der auf dem fetten Turm. Moment, ich geh mal kurz nachgucken. Blade One, Blade One. Ja, ich geh Dennis mal kurz nachgucken. Blade One ist Traitor. Mensch, wie kommst du denn da auf meine Hand? Dracht Leben. Ist der auf dem Turm oder neben dem Turm? Auf dem. Ah! Ja, ich falle runter. Super. Leckt Dennis irgendwie oder so? Ihr seid sehr von Impostenz geprägt, ey. Weiß das noch? Oh mein Gott. Wenn es jetzt nicht war, springe ich runter. Und ich hab's da. Oh, geil! Da war ein Traitor. Er rührt schon wieder und nichts gemacht. Ähm, Freunde? Ich warte dann bis die Musik vorbei ist, dann sag ich auch mal hier einen Abschied und so. Genau, ich geh dann nämlich auf. Dann geh ich gleich auf. Okay. Kurz noch die Musik abwarten. So Leute, dann bedanke ich mich einmal recht herzlich fürs Zusehen. Ich werde das wahrscheinlich alles ein bisschen geschnitten haben, weil das eine wirklich überlange Aufnahme war. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir dann eine Runde TTT spielen. Hoffentlich wieder mit diesen Spackos. Bis dahin. Tschüssi. 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 Tschüssi.